Die Volkswagen AG bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Oliver Blume tritt das Amt am 1. September an und steht gleichzeitig wie bisher auch an der Spitze der Porsche AG. Der 54-jährige Braunschweiger ist promovierter Maschinenbauingenieur und arbeitet seit 1994 bei VW. Er löst Herbert Dies als Vorstandsvorsitzender des Wolfsburger Unternehmens ab, der seit April 2018 im Amt war und laut VW so wörtlich im gegenseitigen Einvernehmen ausscheidet. Unterdies richtete sich Volkswagen verstärkt auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb aus. Zum VW-Konzern gehören zehn Marken. Das Unternehmen betreibt Fabriken in 29 Ländern und hat eigener Angabe nach rund 663.000 Beschäftigte. Es ist im Fahrzeugbau der größte Betrieb Europas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017